Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mal ein paar kleine Tipps und Tricks mitten in der Season, die ihr vielleicht noch nicht wusstet und die euch eventuell wenig helfen, um in Sanktuario ein bisschen voranzukommen. Und zwar von direkt dem ersten an und den finden wir in Kyowa-Stadt. Das hatte ich in einem Video schon mal erwähnt, aber jetzt hier nochmal auch im Tipp-Video. Wenn ihr einen Barbaren spielt und in Sanktuario hier die allererste Mission macht mit der Wache Boza, erscheint hier oben ein Trainingsgelände. Und wie ihr bestimmt wisst, schaltet ihr auf Level 15 für den Barbaren eine Barbaren-Questline frei, wo ihr diese Expertisen leveln könnt. Und das geht in diesem Trainingsgelände ganz einfach. Und zwar könnt ihr diese Trainingspuppe angreifen und so eure Expertise leveln. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Expertise, die ihr leveln wollt, auch als Attacke benutzt. Wenn ich jetzt hier also zum Beispiel auf die Basisattacke, das kann man ja beim Barbaren ganz gut wechseln, seht ihr da unten, die Keule nehme und damit der Keule hier drauf einschlage, dann werdet ihr sehen, Rang 1 erreicht. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, indem ihr zum Beispiel hier sagt, mehrere Trainingspuppen. Und dann mit Wirbelwind euch genau dazwischen stellt und dann alle gleichzeitig angreift. Level 2, Level 3, Level 4 und so könnt ihr das natürlich auch mit anderen Expertisen machen, die ihr leveln wollt. Wie zum Beispiel, wichtig sind ja meistens entweder die Zweihandarxt oder vielleicht der Zweihandstrahlkolben oder die Zweihandschwerter. Aber da könnt ihr hier einfach mal alles hochleveln, ist auch für die Sammlung ganz nett. Mit dem letzten Patch von Diablo 4 wurde ja die Menge an lebender Stahl in der Höhenflut erhöht. Und jetzt haben viele mich eingeschlossen, etwas Probleme damit Eier zu finden. Da gibt es einen relativ einfachen Trick. Wenn ihr mehr als einen Charakter auf Weltstufe 3 oder 4 habt, könnt ihr grausige Gaben mehrfach holen. Das heißt, ihr könnt auf dem einen Charakter, wie zum Beispiel hier diese Monstrosität besiegen, und dann nochmal auf einem anderen Charakter nochmal. Das ist also immer Charakter gebunden und nicht an den Account. Und ich könnte jetzt zusätzlich auch noch natürlich die grausigen Gaben hier abgeben. Äh, die Samen im Altar abgeben, um mir noch 3 grausige Gaben zu holen. Aber ihr seht, für den Druiden habe ich jetzt die Monstrosität besiegt, habe 5 grausige Gaben bekommen. Und wenn ich jetzt auf einen anderen Charakter wechsle, dann seht ihr, sind da wieder neue Aufgaben verfügbar. Wir gehen jetzt hier einmal auf den Barbar. Ich hoffe, dass ich da die Monstrosität nicht letztens schon gemacht habe, weil das wäre dann schlecht für das Video. Wichtig ist, wenn ihr auf den neuen Charakter geht, dann müsst ihr einmal porten, damit sich die Aufgaben wieder neu aktualisieren. Ich weiß nicht, wie ich es besser nennen soll. Wir wären jetzt gerade mal auf den Necro gegangen, weil beim Barb hatte ich die tatsächlich schon gemacht. Und auf dem Necro seht ihr, sowohl hier die Monstrosität als auch hier die Monstrosität sind wieder da. Und ich könnte jetzt mit dem Necro einfach beide nochmal holen und hätte sofort wieder eine Truhe für den flüsternen Baum. Dasselbe gilt natürlich für die Bluternte. Wenn ihr hier zum Beispiel die Aufgabe macht mit den Blutsuchern, dafür müsst ihr ja nur ganz schnell diesen Kelch befüllen. Beide killen, kriegt ihr 3 grausige Gaben. Geht super, super schnell. Wenn ihr mehrere Characters habt, dann könnt ihr auf jedem Charakter diese 3 grausigen Gaben machen. Und somit ganz, ganz viele grausige Gaben sehr schnell und einfach bekommen. Dasselbe gilt auch für alle anderen Aufgaben, die ihr seht. Die sind alle auf den Charakter bezogen und nicht Account gebunden. Ihr kennt das bestimmt. Ihr seid in einem Nightmare Dungeon und ihr sterbt. Dann müsst ihr meistens ganz von Anfang an wieder durch das ganze Dungeon durchlaufen, bis zu dem Punkt, wo ihr gestorben seid. Das ist übrigens nicht immer so. Das liegt einfach nur daran, dass auf dem Weg zu eurem Ort, wo ihr gestorben seid, Gegner noch am Leben sind. Das bedeutet, wenn ihr auf dem Weg bis zu eurem Todespunkt alle Gegner besiegt, dann werdet ihr auch nicht bis zum Anfang des Dungeons zurückgeportet. Wenn ich jetzt hier also einmal den Weg durchgehe und alle Gegner auf meinem Weg besiege, dann werdet ihr sehen, dass ich an einem Punkt spawne, der weiter vorne ist. Ich habe jetzt relativ alles gecleart und lasse mich jetzt hier mal killen. Den rechten Bereich habe ich nicht gecleart. Mal gucken, ob es funktioniert. Und ich weiter vorne spawne. Und ihr seht, ein ganz Stück weiter vorne bin ich gespawnt und den Bereich habe ich gar nicht gecleart. Also für euch als Tipp, wenn ihr irgendwie einen Schlauch habt und der ist relativ schwer und nicht sterbt und wollt ihr so weit laufen, das ist der Grund, wieso ihr am Anfang des Dungeons gespawnt werdet. Weil einfach die Gegner hier noch leben. Solltet ihr auf der Suche sein nach einem ganz bestimmten Kodex, den ihr vielleicht für eure Waffe braucht, dann wisst ihr ja, gibt es diese Kodexe in den verschiedenen Dungeons. Wie zum Beispiel hier in der Verlorenen Bastion, wenn ich die abschließen würde, würde ich diesen Kodex bekommen. Jetzt möchtet ihr natürlich nicht jeden einzelnen Dungeon hier absuchen, um zu gucken, wo es euren Kodex gibt. Dafür könnt ihr einfach in die Sammlung gehen, auf Kodex der Macht und euch den Kodex raussuchen, den ihr noch braucht. Wie zum Beispiel den hier, windwütender Aspekt, kritische Treffer verleihen 1 Sekunden lang 8% Bewegungsgeschwindigkeit. Und dann steht hier da schon, steht da X. Und dann kann ich das auf der Karte markieren. Und wenn ich jetzt hier wieder rausgehe und auf die Karte, dann wird mir der Weg direkt dorthin markiert und ich sehe, aha, hier gibt es diesen Aspekt. Eine Sache, die ich leider viel zu spät erst herausgefunden habe, jetzt irgendwie nach 1000 Stunden Spielzeit, ist, dass ihr gerade auf der Konsole euren Zeiger auf der Karte verschnellern könnt. Ihr seht, bei mir ist der auf sehr, sehr schnell, weil ganz oft habe ich das Gefühl oder das Problem, da ich vielleicht hier oben bin und dann hier runter möchte, um hier hin zu porten. Und das dauert sehr lange. Das Ganze könnt ihr selber einstellen und zwar in Optionen, Untersteuerung, Zeigerempfindlichkeit. Und da würde ich euch wirklich empfehlen an alle Konsolenspieler da draußen, macht es auf 10. Wenn ihr mal schaut, 5 ist Standard und wenn ihr es runter macht, dann seht ihr mal diese extreme Veränderung. Wenn ich jetzt auf der Karte irgendwo hin will, schaut euch an, wie langsam das ist. Deswegen macht das auf jeden Fall auf 10. Das ist voreingestellt auf 5. Und falls euch je gewundert habt, wieso dauert das bei mir so lange, das daran liegt es. Eine Sache, die ich auch letztens erst im Stream gelernt habe, ist, dass man, ich mache mich mal hier ein wenig weg, dass man dieses Level von diesem mächtigen Blut hier, ja relativ pain ist zu leveln. Und zwar muss man ja immer reingehen, EP verteilen, rausgehen. Reingehen, EP verteilen, rausgehen. Und vor allen Dingen bei einem neuen Charakter, wo ihr ja dann alle nochmal neu leveln müsst, kann das sehr, sehr, sehr nervig sein. Und was ich gelernt habe, ist, dass ihr gar nicht, wenn ihr hier drin seid, auf EP verteilen gehen müsst, sondern ihr könnt auch einfach direkt wieder rausgehen. Das heißt, ihr geht raus. Man sieht ja, es ist ein Level. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und so erspart man sich einen ganzen Knopfdrücken, was für den einen oder anderen jetzt vielleicht nicht viel klingt, aber wenn ihr, wie viele sind das, 22 oder so vampirische Fähigkeiten, wenn ihr die alle leveln müsst, dann kann das schon krasser Unterschied sein, ob ihr nur einmal X drücken müsst oder zweimal X drücken müsst. Das war es von mir. Wenn euch noch Tipps einfallen, die hidden sind, also die nicht jeder kennt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich da auch noch das ein oder andere lernen. Natürlich gibt es noch tausend weitere Tipps. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen mit Secrets. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.